hey ho zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir halleluja es ist unglaublich lange her dass irgendwas auf meinem kanal passiert ist es ist ewig lange her dass ich überhaupt mal wieder so was wie ein video gemacht habe und ich merke dass ich mega aus der übung bin ich habe jetzt diesen anfang gefühlt fünfmal aufgenommen und ich bin immer noch nicht zufrieden damit ist jetzt egal jedenfalls wollte ich gerne zumindest für morgen ein video vorbereiten denn morgen ist ein ganz besonderer tag morgen ist der erste september wie wir alle wissen der beginn der hogwarts schuljahre die sommerferien sind vorbei die schule geht wieder los und dieses jahr ist für uns alle ein ganz besonderes jahr denn dieses jahr ist 19 years later das bedeutet dieses jahr ist das jahr in dem harry und co ihre kinder zum hogwarts express bringen in dem quasi der epilog der harry potter bücher spielt und morgen wäre quasi genau dieser tag es ist ziemlich seltsam dass dieser tag tatsächlich einmal kommt obwohl ja klar war als die bücher geschrieben wurden dass irgendwann soweit sein wird aber wenn man mit diesen büchern aufgewachsen ist so wie ich als kind sie gelesen hat und sich denkt so okay am ende der bücher waren diejenigen die ihre kinder da zum hogwarts express bringen erwachsene und hat selber kinder registriert man dass man im selben alter ist wie diejenigen die jetzt da gerade ihre kinder zum hogwarts express bringen und dass man erwachsen ist und dass man alt wird es ist wirklich ziemlich seltsam und ich muss zugeben ich habe irgendwie ich bin noch gar nicht so wirklich im erwachsenen ich bin im erwachsenen leben angekommen schon lange klar ich habe einen job ich habe eine eigene wohnung und ich finanziere mir mein eigenes leben so ich führe mein eigenes leben klar aber es ist irgendwie immer noch nicht die zeit für mich wo ich über kinder nachdenke oder sowas und irgendwie hat mich diese erkenntnis dass diese 19 years later geschichte jetzt morgen spielt heute in dem fall also ich werde das video wahrscheinlich am ersten september hochladen deswegen heute hat mich irgendwie so ein bisschen zum nachdenken gebracht wir sind tatsächlich mit dieser serie mit dieser buchreihe mit dieser geschichte aufgewachsen viele von uns sind damit aufgewachsen viele kommen jetzt natürlich auch wieder dazu beziehungsweise sind durch fantastic beasts dazugekommen sind durch die filme dazugekommen kennen teilweise nur die filme aber mir wird das erste mal auch wirklich bewusst wie riesig groß die potterhead community ist es ist der absolute wahnsinn wie viele leute man auch tatsächlich überall auf der straße trifft die mit klamotten von harry potter rumlaufen die mit tätowierungen von harry potter rumlaufen die wirklich diese geschichte gelebt haben und immer noch lieben und irgendwie wollte ich das gerne einfach mal loswerden es wird auch so ein bisschen noch ein random video ich habe auch gerne ich habe auch vor noch ein bisschen so random mäßig noch ein bisschen was zu quatschen ich habe keine ahnung wie lange dieses video wird aber anlässlich des ersten september wollte ich definitiv ein video raushauen denn auch wenn das hier kein potter kanal ist fühle ich mittlerweile wie harry potter auf meinem kanal fuß fasst und bin der meinung es gehört definitiv dazu wenn es auch nicht unbedingt das hauptthema meines kanals ist ich freue mich auf jeden fall dass ihr bei diesem video dabei seid ich freue mich dass ich endlich mal wieder was raushauen kann und der grund warum ich jetzt einfach so lange nichts gemacht habe ich sehe komplett fertig ausmerke ich gerade oh mein gott und das obwohl ich jetzt drei wochen urlaub hinter mir habe der grund warum so lange nichts passiert ist war einfach dass ich eine auszeit brauchte ich brauchte eine auszeit von so ziemlich allem ich habe unglaublich großen stress auf der arbeit gehabt einfach weil ich auf 100 prozent arbeite das ist in meinem job unglaublich hart und ich habe auch dafür gesorgt dass ich ab oktober nicht mehr auf 100 prozent arbeite sondern habe mich runterstufen lassen und muss hoffentlich dementsprechend ab oktober weniger arbeiten aber ich habe wirklich gemerkt wie mir diese 100 prozent stelle richtig richtig an die substanz ging und deshalb habe ich mich wirklich einfach von allemal zurückgezogen ich habe mich aus youtube zurückgezogen ich habe mich aus den foren zurückgezogen aus denen ich in denen ich jetzt wirklich sehr sehr fuß gefasst habe und auch wirklich unglaublich liebe und nette menschen getroffen habe die mir super super ans herz gewachsen sind und ja bei einer war ich jetzt in meinem urlaub auch zu besuch das war mit abstand das erholsamsten ganzen urlaub und ja auch da habe ich mich wirklich komplett zurückgezogen habe gesagt leute ich brauche einfach mal ein zwei wochen komplett ruhe und für mich licht raste aus kamera raste aus es geht genau ich habe mich selbst aus meinem privatleben mehr oder weniger zurückgezogen habe mich mit interaktionen mit anderen menschen auf das minimum beschränkt und habe wirklich mal versucht so ein bisschen wieder runter zu kommen es hat funktioniert ich fühle mich zumindest körperlich wieder so fit dass ich jetzt ohne zusammenzuklappen auf die arbeit gehen kann hoffe ich und freue mich unwahrscheinlich wenn ich den september nach rum bekommen habe und weiß dass ich nicht mehr auf 100 prozent arbeiten muss und freue mich vor allem auf das ende dieses jahres weil irgendwie dieses jahr ging unglaublich schnell rum ist das nur mir so vorgekommen oder ist das auch euch so vorgekommen ich habe das gefühl das jahr hat gerade erst angefangen und schon ist es wieder fast vorbei werben september leute das ist der wahnsinn zwischenzeitlich hatte ich auch geburtstag by the way aber von meinem geburtstag weiß ich von meinem geburtstag bekomme ich nie wirklich viel mit einfach weil mein geburtstag für mich nichts besonderes mehr ist genauso wenig wie weihnachten genauso wenig wie ostern irgendwie sind die feiertage nichts mehr worauf ich mich freuen kann ich weiß nicht genau warum ich weiß warum aber ich möchte da nicht näher drauf eingehen jedenfalls mein gottes das persönliches video hilfe ich hoffe ich verschrecke euch damit nicht bleibt bei mir was ich jetzt auch es gibt es gibt einige neuerungen in meinem leben die noch mal einiges an zeit gefressen haben weshalb auch wieder youtube so ein bisschen in den hintergrund gerückt ist aber das wird sich jetzt alles ändern einige der neuerungen sind unter anderem midnight breed ist eine buchreihe die mir von einer lieben freundin empfohlen wurde und die ich gleichzeitig knutschen und verhauen könnte dafür diese buchreihe frisst unglaublich viel zeit bei mir ich bin mittlerweile bei band 4 von 13 oder 14 ich höre sie mir nur als hörbücher an weil sonst würde ich dann niemals hinterher kommen aber wenn man wirklich so einen halben tag nur an so einem hörbuch hört schafft man nicht viel nebenher so man will ja natürlich auch zuhören und deswegen schafft man so ein paar sachen nebenher aber nicht wirklich wichtige dinge wie zum beispiel videos zu machen oder let's plays aufzunehmen funktioniert halt einfach nicht und was ich jetzt dann eine woche habe ist eine playstation 4 ich hab's mir einfach gegönnt weil ich mir dachte so ich komm du hast jetzt so viel mist durchgemacht in letzter zeit du musst die maus gönnen habe ich getan ich habe jetzt eine playstation 4 hier unter meinem tischchen habe meinen zweiten monitor dafür geopfert weil ich hatte bis jetzt immer zwei monitore und gewöhne mich jetzt einfach erstmal erstmal wieder an einen bis wir neuen haben den wir dann für die ps4 nutzen können aber ich kann bloodborne zocken oh mein gott was habe ich diesem spiel entgegengesehen und es ist genauso geil wie ich es mir vorgestellt habe ich komme davon nicht mehr weg ohne witz dieses spiel hat so unglaublich viel zeit gefressen ich habe diese ps4 jetzt ungefähr eine woche ich habe in dieser einen woche so wenig geschlafen wie noch nie in meinem leben wahrscheinlich sehe ich deswegen so fertig aus ich habe wirklich meistens bis fünf uhr morgens gezockt und bin dann irgendwann um 12 schon wieder aufgestanden und saß wieder an der ps4 es ist wirklich ein fluch es ist ein richtiger fluch und ich habe schon so ein bisschen angst davor wenn man urlaub vorbei ist und ich dann nicht mehr die ganze zeit zocken kann und dann wieder arbeiten gehen muss aber es ist wirklich unglaublich geil dieses spiel was ich noch dazu habe ist also ich kann euch mal kurz zeigen was wir jetzt für spiele besitzen mein freund hat sich noch ein paar geholt die spielt aber hauptsächlich er journey habe ich gespielt journey ist ein unglaublich schönes spiel kann ich nur jedem empfehlen hat charakter von abzu abzu ist ja tatsächlich von den machen von journey auch gemacht worden was ein wortschatz ich heute wieder besitze ich bin begeistert genau und journey ist quasi so ein kleiner vorgänger von abzu spielt in einer ähnlichen welt aber nicht im ozean sondern in der wüste und ist unglaublich schön ich hatte so viele gänsehaut momente und ich bin wirklich überlegen ob ich es mir irgendwie ob ich es irgendwie schaffe dass ich auch von der playstation let's place mache aber ich weiß es noch nicht genau ich finde es eigentlich ganz schön eine konsole zu haben bei der ich nicht bei jedem spiel irgendwie das gefühl habe und könnte es davon super let's play machen einfach mal spielen können einfach mal chillen können mega gut bloodborne auf jeden fall ein spiel das ich jedem nur empfehlen kann es ist unglaublich geil es ist nämlich im prinzip nichts anderes als dark souls es ist eigentlich dark souls nur es hat style und es hat sowas von style es ist absolut genial die waffen sind der absolute hammer ich stehe total auf diese waffen weil es gibt immer zwei verschiedene modi ich habe zum beispiel meine absolute lieblingswaffe ist der gehstock der gehstock ist quasi wirklich ein gehstock so wie so ein alter krückstock gehstock mit dem man aber die monster ordentlich verhauen kann und im zweiten modus peitscht stehe die einmal auf dem boden und hat dann tatsächlich halt eine peitsche es ist so cool ich liebe diese waffen und die klamotten sind natürlich es ist alles so ein bisschen im viktorianischen stil gehalten steampunk angehaucht was kann es besseres für mich geben leute ich liebe steampunk absolut ich vergöttere es und das in verbindung mit einem spiel wie diesem ist der wahnsinn ich schwärme euch hier einen vor des todes aber es tut mir leid ich liebe dieses spiel einfach nur abgöttisch die kingdom hearts reihe spiele es spiegelt hier es tut mir fürchterlich leid war mit ein grund warum ich unbedingt eine ps4 haben wollte denn ich bin absoluter fan der kingdom hearts reihe ich liebe diese spiele und hier sind teil 1 und 2 quasi recoded drin also als hd neu aufgelegt und dazu kommen noch kingdom hearts final mix die ultimative version ich bin mir nicht ganz sicher was das beinhaltet ich werde es aber noch rausfinden kingdom hearts rechen of memories das was es damals für die für den game of advance gab was ich absolut gesuchtet habe und was ich unbedingt auf einer konsole spielen wollte und jetzt kann ich es dann wird bei sleep was es nur für die psp gab jetzt auch hier auf konsole dann fragt mich nicht wie man das ausspricht dieses 358 2 days die geschichte von roxas und axel und wie heißt die xion xion wie auch mal wollte ich auch immer unbedingt spielen ich habe kein nintendo ds beziehungsweise habe jetzt einen aber auch kann es auf konsole spielen was will man mehr leute und dann dieses in hd neu neu aufgelegte filmsequenzen recoded quasi das ist alles hier mit drin enthalten und ich feiere es so sehr ich bin gerade dabei den ersten teil wieder durchzusuchten und hänge bei atlantica fest es macht einfach spaß wird heute nacht wahrscheinlich wieder bis 5 uhr wach sein und was noch dazu kommt horizon zero dawn auch ein spiel was ich unglaublich gerne haben wollte ich war mir absolut unsicher worum es dabei geht ich war mir absolut unsicher was die story angeht ich wusste nur dass mein bruder es absolut gefeiert hat und mir gesagt hat du musst das spielen also spiele ich es und es ist wirklich der hammer die grafik ist der wahnsinn die steuerung ist der wahnsinn ich liebe es das ist einfach geil und da genau liegt das problem denn ich bekomme kein schlaf mehr aber es ist es einfach wert es ist es absolut wert ich liebe es und das ist so die auszeit die ich einfach mal gebraucht habe dieses einfach nur zocken kopf abschalten und nichts mehr denken monster verkloppen fertig richtig gut brauchte ich und worauf ich mich jetzt unglaublich freue und was mir die arbeitszeit bis zum nächsten jahr definitiv erträglicher machen wird ist dass ich für das nächste college of visitry angemeldet bin im nächsten februar wird es natürlich wieder ein college of visitry nibelungen run geben wohlgemerkt der nibelungen run ist ja der deutsche das eigentliche college of visitry ist ja das internationale was auf englisch geführt wird aber wir gehen natürlich auf das deutsche und ich bin schon dabei meinen charakter zu formen ich habe ja jetzt mittlerweile dadurch dass ich bei dem ersten man dabei war so ein bisschen eine vorstellung davon wie die charaktere aufgebaut sein könnten müssten sollten und deswegen bin ich schon fleißig am basteln was mein charakter angeht was meine klamotten angeht was meine attribute angeht beziehungsweise ich bin auch am überlegen ob ich nach grimm oder nach molin möchte ich bin mir da sehr sehr unschlüssig weil mein freund geht definitiv wieder nach molin glaube ich hat er eigentlich schon festgelegt und ich war überlegen ob es nicht cool wäre wenn wir einfach einmal in einem selben haus wären und einfach auch ein bisschen miteinander playen könnten so ist aber vielleicht doch nicht so sinnvoll weil wir uns einfach zu gut kennen und wahrscheinlich nicht in den charakter rollen bleiben könnten wenn wir zusammen spielen wisst ihr was ich ungefähr meine genau deswegen werde ich wahrscheinlich mit 75 prozentiger wahrscheinlichkeit wieder nach grimm gehen und ich freue mich ich freue mich wirklich sehr drauf ich bin auch am überlegen mein charakter ist noch im aufbau die story ist noch so ein bisschen im aufbau und ja jedenfalls hoffe ich dass es jetzt wieder so ein kleines bisschen bergauf geht mit meinem kanal das jetzt ein bisschen mehr kommt ich bin auch wieder dabei harry potter aufzunehmen ich bin weiterhin dabei ori aufzunehmen und plane schon das ein oder andere neue projekt und bin sehr gespannt was dann noch auf uns zukommen wird jetzt auf jeden fall wünsche ich allen hogwarts schülern einen wundervollen gesegneten und freudigen schulanfang genießt den ersten september noch weil ab morgen geht der unterricht los ne wisst ihr bescheid ist gar nicht wahr es ist das wochenende ab montag ab montag geht der unterricht los aber ich bin so gut ich wäre wahrscheinlich morgen früh aufgestanden und wäre zu Zaubertränke gegangen verpeilt des todes vielen vielen dank fürs zuschauen ich hoffe es hat euch einigermaßen gefallen es war irgendwie so ein bisschen random es war sehr persönlich und es war sehr unkoordiniert und es tut mir leid aber trotzdem hoffe ich dass es euch wie gesagt einigermaßen gefallen hat ich freue mich dass ihr da seid ich freue mich dass ihr noch da seid und wenn nicht alle weggelaufen seid hey dankeschön und dann sehen wir uns auf jeden fall beim nächsten video bis dahin ciao